Und jetzt kannst du einmal klatschen. 18. März 2017 Schloss Laiben Sei dabei bei einem der angesagtesten Motto-Partys der Region. Das Dirndl-Klapping 2017 öffnet seine Pforten und lädt zu urigem Tanz- und Umtrunk. Zweiflos, DJ Ed und DJ LSP sowie den Annika-Plattlern und vieles, vieles mehr. Und jetzt kannst du einmal klatschen. Hol dir deine Tickets bei Ö-Tickets oder den Raiffeisenbanken der Region. Also eine in die Lederne und ins Dirndl und ab nach Laiben. под